Im Einstellmenü für die Gerätegeometrie können alle Einstellungen bezüglich der Geometrien und Maßen definiert werden. Dieses verbirgt sich hinter der Kachel mit dem Geodreieck und dem Schraubenschlüssel. Zunächst sind hier alle Werte ausgegraut. Möchte man diese ändern, müssen die Werte durch Klick auf diesen Button aktiviert werden. Hier beispielsweise wird der Abstand zwischen dem Drehpunkt der Maschine und dem Abgabepunkt des Saatgutes eingestellt. Wird mit allen Säscharen gesät, ist hier der Mittelwert zwischen Packer und den Säscharen lang und kurz angegeben. Wird nur mit den langen oder nur mit den kurzen Säscharen gesät, kann der Wert hier angepasst werden. Hier ist der Offset von der linken und rechten Maschinenseite einstellbar. Mit diesem Button kann beispielsweise bei Verlängerung der Zugdeichsel der Wert zwischen dem Anhängepunkt und Drehpunkt der Maschine angepasst werden. Die Anzahl der hier angezeigten Booms ist abhängig von der Maschinenkonfiguration. Hier ist die Konfiguration einer PPF-Maschine und somit zwei Booms dargestellt. Mit diesem Button werden die Sektions- und Teilbreiteneinstellungen geöffnet. Hier können die Sektionen aktiviert und deaktiviert werden, hier können die Sektionen gruppiert werden und hier werden die Sektionsbreiten festgelegt.